Untertitelung des ZDF, 2020 Wendy, versprich mir, dass du niemals erwachsen wirst, wie die anderen. Ich bin Adam. Die Liebe eines Mannes wird dir nicht genügen. Wendy, du hast es versprochen. In dieser Familie ist einfach niemand anwesend. Als würden Geheimnisse und Fantasie die Menschen entführen. Peter, ich bin schon lange erwachsen. Wieso kommst du immer wieder zu uns zurück? Wie fabelhaft, dich wiederzusehen. Wie die Mutter, so die Tochter. Ist meine Mom mit diesem Jungen weg? Er steckt Huck in Pahn und Pahn in Hul. Nimmerland schenkt uns die einzig wahre Freiheit. Es ist Zeit, Wendy. Ich bin unseren Jungen